Wir bei Janssen stehen jeden Morgen auf mit einem Ziel. Heute zu erreichen, was gestern unvorstellbar schien. Das ist unsere Berufung. Wir beschreiten Wege, die andere nicht zu gehen wagen. Wir entschlüsseln den Bauplan des Lebens und greifen ein, wenn er defekt ist. Wir behandeln Krankheiten, halten sie auf, verhindern oder heilen sie. Wir öffnen unsere Türen für Mitstreiter und unsere Arme für die Patienten, die auf uns zählen. So wirken unsere Medikamente nicht nur im Labor, sondern im Leben jedes einzelnen Patienten. Wir finden neue Wege, um Medikamente zu entwickeln und neue Wege, um sie allen Menschen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. Weltweit. Wir sind Janssen, die Pharmaunternehmen von Johnson & Johnson. Wir nehmen Herausforderungen an, mutig und entschlossen. Wir kämpfen gegen Krankheiten. Unsere Waffe ist die Wissenschaft. Wir finden kreative Lösungen, um jedem Menschen die richtige Therapie zu ermöglichen und heilen Hoffnungslosigkeit mit Herzenswärme. Wir werden nicht ruhen, bis die verheerendsten Krankheiten nur noch dort zu finden sind, wo sie hingehören. In Geschichtsbüchern. Wir sind Janssen. Wir schaffen eine Zukunft, in der Krankheiten für immer der Vergangenheit angehören.